Stell dir vor, du kaufst dir eine Stereoanlage, um damit Internetradio zu hören, doch eines Tages spielt dir das Internetradio bloß noch nach Abschluss eines Abonnements ab oder überhaupt nicht mehr. Genau das ist vier großen Herstellern geschehen, nachdem sie ein Risiko für ihre Kunden eingegangen sind. Im ersten Fall geht es um Denon und Marantz, beides größere Unternehmen aus dem HiFi-Bereich, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Sie stellen unter anderem AV-Receiver her, sie sind als Verstärker das Herzstück einer Heimanlage und haben in der Regel ein eingebautes Radio. Seit einiger Zeit muss natürlich auch das Smart sein und zum Beispiel ein Internetradio abspielen können. Die Technik gibt es mittlerweile seit Jahrzehnten und ist ja durchaus interessant. Man kann etliche tausende Sender abspielen, die gar nicht im Empfangsbereich liegen, sogar ausländische und hat eine gute Qualität. Am PC und Laptop ist das schon lange möglich. Inspirationen findet man auf Verzeichnissen wie zum Beispiel Radio.de, die derzeit etwa 60.000 Webradios, auf Wunsch auch nach Genres und Standort sortiert, anzeigen. Doch Mitte 2020 machten Käufer von Denon und Marantz Geräten eine böse Überraschung. Sie konnten nur noch jene Sender hören, die sie als Favorit auf ihrer Anlage gespeichert hatten. Neue wurden nicht mehr angezeigt. Wie kann das sein bei einem nahezu unerschöpflichen Angebot von zehntausenden Sendern? Es stellte sich heraus, dass die Hersteller von diesen Stereoanlagen die Radiosender nicht selber integriert haben, sondern diese Internetradios an einen externen Dienstleister namens V-Tuner auslagerten. Der hat sich darauf spezialisiert, wie man eben das Internetradio auf verschiedene Unterhaltungselektronikgeräte bringen kann. Für den Hersteller sicherlich bequem, da er sich darum nicht im Detail kümmern muss. Aus Kundensicht ist eine Partei mehr allerdings ein weiteres Risiko. Und eben dieser externe Anbieter war es, der seine Bedingungen geändert hat. Er wollte zum damaligen Zeitpunkt von jedem Kunden, der darüber mit seinem Radio online streamt, 3 US-Dollar pro Jahr, was derzeit ca. 2,80 Euro entspricht. Die Kunden der Stereoanlagen konnten bis dahin das Internetradio ohne Zusatzpreis nutzen. Aus ihrer Sicht war das also im Verkaufspreis mit integriert. Und die sollten nun einen Abonnementvertrag mit einem Anbieter, mit dem sie bisher gar nichts zu tun hatten, abschließen, um diese Funktion weiter nutzen zu können. Fortuna argumentiert, man brauche das Geld, um den eigenen Dienst weiter anbieten zu können. Man respektiere die Privatsphäre der Nutzer, indem man keine Nutzerdaten verkauft und auch keine Werbeunterbrechungen in das Programm mit einbaut, wie es andere Anbieter tun. Wer sich da nun gedacht hat, naja, das war zwar nicht der Deal, das ist schon ärgerlich, aber es sind ja nur knapp 3 Euro im Jahr, also sei es drum, wir schließen das Abo ab und dann habe ich meine Ruhe, der wird nicht schlecht gestaunt haben, denn nur gut 3 Jahre später, 2023, haben sich die Kosten bereits auf 6 Dollar im Jahr verdoppelt. Da das hier ein Abo ist, das jedes Jahr bezahlt werden muss, kommt hier schnell eine stattliche Summe zusammen, vor allem wenn das mit den Preisverhöhungen so weitergeht. Wohlgemerkt sprechen wir hier von einer Leistung, die beim Kauf der Geräte vorhanden war, ohne Extrakosten und in der Regel auch so beworben wurde. Betroffene Kunden haben mehrere 100 bis teilweise sogar mehrere 1000 Euro für ein solches Gerät ausgegeben und nun ungewollt ein Jahresabo am Hals. Da die proprietäre Firmware der Geräte im Regelfall keine anderen Anbieter eingebaut hat, kann der Kunde auch nicht zu einem anderen Anbieter von Internetradios wechseln. Er ist unfreiwillig einem Monopol ausgeliefert. Entweder bezahlen oder die Funktion ist in der Form weg. Die Hersteller der Geräte selbst, die weichen ihre Hände in Unschuld. Nur V-Tuner habe die Konditionen verändert, sie selbst hätten ja überhaupt nichts gemacht und könnten das ja auch nicht beeinflussen. Damit machen sie sich es aber aus meiner Sicht zu einfach, denn wer hat die Entscheidung getroffen, ein externes Unternehmen dort einzubetten? Das hat nicht V-Tuner oder sonst irgendjemand anders zu verantworten, sondern dafür sind allein die Gerätehersteller verantwortlich. Niemand hat sie gezwungen, dieses Risiko für ihre Produkte und damit Kunden einzugehen. Sie hätten auch eine eigene Lösung entwickeln können oder noch besser gleich eine freie Plattform dafür gründen. Stattdessen sind sie aber den vermeintlich einfacheren und bequemeren Weg vom Outsourcing gegangen und damit auf die Nase gefallen. Das Mindeste, was sie nun tun könnten, ist für ihren Fehler gerade zu stehen und den Schaden soweit es geht zu begrenzen, zum Beispiel einen Vertrag mit V-Tuner abschließen, der die Streamingkosten für die Käufer ihrer Geräte übernimmt. Oder per Software-Update einen anderen Anbieter in die Geräte einzubauen. Doch das Einzige, was die Kunden bekommen, sind Schuldzuweisungen und warme Worte. Hat man das bei Sony abgeguckt? Geräte mit V-Tuner-Anbindung haben auffällig oft, sagen wir, schwäche Anfälle. Seit dem 21.11.2014 blieben Internetradios von Sony stumm. Sony selbst lieferte am 25.11. nur einen kurzen Hinweis zu der Sache und behauptet, auch hier habe V-Tuner seine Sendedienste für einige Sony-Geräte eingestellt. V-Tuner hatte aber kein generelles Problem, das lief damals mit anderen Geräten einwandfrei. Bemerkenswert ist außerdem, dass diese knappe Infoseite mit diesen wenigen Informationen schon im Archiv vom 01.08.2015 nicht mehr abrufbar war. Und das nicht mal, weil das Problem bis dahin schon längst behoben war. Am 05.10.2015 kündigte Sony offiziell an, die Zusammenarbeit mit V-Tuner sei beendet. Fast ein Jahr lang funktionierten also die Radios der Sony-Kunden nicht wie versprochen. Und selbst danach bot der Hersteller nicht mehr eine Alternative an, weder wird die Schulter auf V-Tuner geschoben und man bedauere, dass man daran nichts ändern könne. Die Schichtung Warentest fragte beide nach den Gründen, erhielt aber keine Antwort. Es ist naheliegend, dass es wohl eine Vereinbarung und einen Streit zwischen den beiden Unternehmen gab. Nachdem V-Tuner mittlerweile Abos von den Kunden verlangt, wollte man wahrscheinlich von Sony Geld oder mehr Geld haben. Das alles ist aber dem Kunden egal. Damals gab es zum Beispiel einen Fall, der hat sich eine kleine Sony-Anlage für 400 Euro gekauft, um damit Internetradio zu hören, weil sie damit explizit beworben wurde. Sony sieht das aber ganz anders. Nachdem das knapp drei Jahre alte Gerät plötzlich kein Internetradio mehr abspielte, schloss Sony eine Rückgabe aus. Der Fehler würde bei V-Tuner liegen, so gesehen seien die Geräte aus Sicht von Sony nicht defekt und hätten ja noch weitere Funktionen. Ein weiteres Argument war ernsthaft, dass so viele Geräte betroffen seien, Zitat, die können wir nicht einfach alle zurücknehmen. Auch die Geräte im Verkauf werden weiter uneingeschränkt verkauft, die Produktion läuft ebenfalls weiter, kurzum, man sitzt das Problem aus. Als einziger mir bekannter größerer Hersteller zeigt nur Yamaha, wie es besser geht. Es stellte 2019 ein Firmware-Update bereit, wodurch das Internetradio vom alternativen Anbieter Airtable bezogen wird, statt wie bisher V-Tuner. Es gibt hier allerdings eine ganze Reihe von Geräten, die als inkompatibel gelistet sind. Ich habe stichprobenartig ein paar angeschaut. Manche besitzen kein eingebautes Internetradio und sind daher vermutlich schlicht nicht betroffen. Aber wahrscheinlich trifft es eben auch ein paar Geräte, die der Hersteller aufgrund des Alters nicht mehr mit Updates versorgt. Da könnte ich welche finden, die zumindest in der offiziellen Beschreibung vom Hersteller mit einem Internetradio angeboten werden. Das Risiko besteht bei solchen proprietären Blackboxen natürlich immer und ist vor allem bei Geräten mit einem relativ langen Lebenszyklus ein echtes Problem. Dennoch muss man Yamaha zugutehalten, dass sie für ihre Entscheidungen die Verantwortung übernommen haben und daher zumindest einem Teil der Kunden eine Lösung angeboten haben. Das ist sicher nicht perfekt, aber schon mal weitaus mehr, als die anderen drei getan haben. Ich selbst kann es ja grundsätzlich verstehen, dass V-Tuner Geld für den Betrieb ihrer Dienste benötigt. Aber warum fällt das Jahre später auf? Hat man sich zuvor keine gescheiten Gedanken über das Geschäftsmodell gemacht? Vor allem wenn ich sehe, dass V-Tuner.com mit einem IAS läuft unter einem Windows Server 2016. Warum subventioniert man auch noch Microsoft mit Lizenzen, für deren proprietäre Software, wenn das Geld knapp sein soll? Die Hersteller von den Geräten verhalten sich aus meiner Sicht hier extrem kundenfeindlich. Sie haben sich in einer Abhängigkeit begeben und nun wird es einfach auf den Kunde abgewälzt. Wie viel das Gerät immer noch gekauft hätten, wenn sie vorher gewusst hätten, was da für Risiken drohen? Noch dreister finde ich diese unjährliche Kommunikation, in der sie die Schuld einfach auf die externen Unternehmen schieben. Als sei es ein Naturgesetz, dass sowas passiert, wofür sie überhaupt nichts könnten. Aber warum Geld ausgeben, wenn man den Schaden auch solidarisieren kann? An diesen Fällen zeigt sich sehr deutlich, welche Risiken man als Käufer eingeht. Man ist nicht nur vom Gerätehersteller abhängig, sondern es lauern noch weitere Abhängigkeiten, die auf den ersten Blick gar nicht so bewusst sind. Über die sollte man sich vor dem Kauf informieren. Auf der sichersten Seite ist man im Zweifel mit einem unabhängigen Wiedergabegerät, das zum Beispiel eine Stereoanlage nur als Ausgabegerät benutzt. Das gilt natürlich ebenso für viele andere smarte Geräte, wie zum Beispiel Fernseher. Wart ihr auch schon mal von Geräten betroffen, die als smart verkauft wurden und irgendwann dann doch nicht mehr so smart waren? Haben die drei Hersteller aus eurer Sicht richtig gehandelt? Schreibt es gerne auf uLabsDig ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.